Moin Leute und herzlich willkommen zurück zum Software Engineering. Heute wollen wir uns mit der Schichtenarchitektur auseinandersetzen und zwar mit erstmal der dreistufigen Schichtenarchitektur. Ihr werdet sehen, es gibt auch noch andere. Es gibt ein paar, die sind häufiger und es gibt ein paar, die sind weniger häufig. Ich werde euch logischerweise nur die zeigen, die häufig sind. Es gibt drei, es gibt vier und es gibt auch sechs Schichten, aber fünf Schichten zum Beispiel ist eher selten und weniger als drei ist auch eigentlich eher selten. So, und ja, im Endeffekt ist das auch schon alles, was ihr dazu braucht. Ihr habt sozusagen eure drei Schichtenarchitektur und innerhalb von diesen Schichten sind dann wiederum einzelne Module. Das heißt, in der obersten Schicht, das ist dann quasi das, was der User auch wirklich zu sehen bekommt, ist dann im Endeffekt die UI drin, also das User Interface. Das heißt, das, was wirklich gesehen wird, also im Endeffekt auch das, was wir jetzt gerade sehen, ist ein User Interface. Wir haben hier zum Beispiel, ich benutze hier ja OpenOffice bzw. LibreOffice, um irgendwas zu machen. Und ja, da haben wir dann irgendwelche Buttons oder sowas und wenn wir da drauf drücken, dann, ja, das ist erstmal UI. Was passiert, wenn wir drauf drücken? Das wiederum befindet sich schon ein bisschen in der Domain drin und das ist dann die zweite Schicht. Das heißt aber, hierbei ist wichtig, bei dieser drei Schichtenarchitektur, dass man auch wirklich nur auf die jeweilige Unterschicht drauf zugreift. Also die UI greift nur auf Funktionen von der Domain zu und natürlich auf Funktionen in sich selber. Also UI darf auf sich zugreifen und auf die Domain, aber die UI darf nicht auf die Infrastruktur zugreifen. Das ist ganz wichtig. Denn ja, bei einer Schichtenarchitektur geht es darum, dass man eben sozusagen die Zugriffsaspekte ein bisschen sortiert und möglichst alles schön aufgeräumt hat. Und wie gesagt, innen drin können dann noch weitere Module sein. Window und Button ist jetzt hier weniger ein Modul als eine Klasse, ich weiß, aber trotzdem sollen das eigentlich hier Module sein. So, Domain hat dann auch wieder mehrere, ja, im Endeffekt mehrere Module. Zum Beispiel User könnte ein Modul sein, wenn man jetzt irgendwie an ein Spiel denkt oder sowas. Hat man vielleicht User, wobei hier natürlich sehr, sehr viel noch für den User zur Verfügung stehen muss, also irgendwie Bewegung muss zur Verfügung stehen. Dann muss irgendwas, ja, das Aussehen vom User muss zur Verfügung stehen und so weiter und so fort. Dann zum Beispiel das Level muss natürlich auch noch irgendwie modelliert werden und das macht man eigentlich, also das Ganze, was irgendwie logisch und die ganze Verarbeitung und alles, das kommt in der Domain dran. Und dort wird dann auch wirklich sehr, sehr viel rumgemacht mit den Daten, aber intern halt hauptsächlich. Und wenn die Domain auf irgendwas zugreifen muss, dann ist das entweder auch in der Domain oder aber es ist in der Infrastruktur. Die Domain darf auch nicht auf die UI zugreifen. Das heißt, die Domain darf nicht sagen Button.getText oder sowas. Das darf die Domain nicht machen. Der Button, äh, beziehungsweise der, ähm, die Domain bekommt ihre Information durch den Aufruf von der UI. Das heißt, die UI muss in der Domain, also sagen wir mal, die UI möchte irgendwas verarbeiten mit dem Text des Buttons. Dann muss in der Domain drinstehen, in der Funktion, beziehungsweise in der Methode von der Domain muss angegeben werden, was alles benötigt wird. Und da muss auch dieser Text von dem Button rein. Der darf nicht im Nachhinein noch angefragt werden. Nein, den liefert die UI gleich beim Aufruf an die Domain weiter. Das heißt, hier die Domain darf nicht mehr auf die UI zugreifen. Die UI liefert alles von sich aus. Die Domain darf aber natürlich auf die Infrastruktur zugreifen. Das ist dann die dritte Schicht. Und, ähm, dieses dritte, ja, diese dritte Schicht ist sozusagen genau dafür da für die Infrastruktur. Es macht zum Beispiel Logging. Es greift auf irgendwelche Datenbanken zu. Es greift auf Dateien zu. Solche Sachen im Endeffekt. Und, ähm, ja, genau. Diese Dinger, ähm, bekommt dann natürlich die Domain, äh, beziehungsweise bekommt die Infrastruktur von der Domain geliefert. Also alle Informationen, die sie brauchen. Das heißt, da wird dann einfach nur aufgerufen Logging.log und, oder Logger.log. Und da wird dann natürlich direkt der Text eingegeben. Die Infrastruktur greift weder auf Domain zu, noch auf die UI. Die greift von mir aus auf Dateien zu. Die stehen hier jetzt nicht mehr drin. Die gehören in die Persistenz von mir aus rein. Aber, ähm, darf nicht nach oben zugreifen. Das ist ganz, ganz wichtig. Immer nur nach unten zugreifen. Und, ähm, sagen wir mal, die Domain möchte jetzt, ähm, eine Textur für ihr Spiel laden. Das ist ein, eine Farbgebung zum Beispiel für irgendein Objekt. Also sagen wir mal, man hat einen, einen Stein. Dann braucht dieser Stein ja eine Oberfläche. Also irgendwie was Graues mit ein bisschen Schwarz drin vielleicht. Und das muss natürlich auch irgendwie an die Domain weitergeleitet werden. Und die Domain muss das Ganze wiederum an die UI weiterleiten. Und, ähm, das wiederum wird so gemacht, eben nur über die Rückgabewerte von den Methoden aus der Infrastruktur zum Beispiel. Das heißt, ähm, sagen wir mal, der User klickt auf einen Button und daraufhin soll der, ähm, soll zum Beispiel ein Stein sich umfärben in grün. Okay, was dann passiert ist, der User klickt auf den Button. So, der Button löst in der Domain etwas aus, ähm, und liefert natürlich alle Parameter mit, die die Domain braucht. In der Domain wird es dann irgendwie verarbeitet, der neue Zustand wird gesetzt, alles wird soweit gespeichert. Aber logischerweise braucht man erst noch diese grüne Farbe für den Stein. Okay, also was die Domain jetzt macht, ist, sie greift auf die Infrastruktur zu, die zum Beispiel irgendwelche Dateien liest. Und diese Dateien, die dort gelesen werden, die haben, oder besser gesagt, die Methoden, die die Dateien lesen, haben einen Rückgabewert, zum Beispiel eine Texture, also eine Textur als, äh, Klasse oder sowas. Und die wird wiederum durch den Rückgabewert von der Methode an die Domain weitergeleitet. Und in der Domain kann es dann gesetzt werden und durch den Rückgabewert kann dann auch die UI verändert werden. Und das wäre so der normale Zyklus, den man gehen würde. Das heißt, ähm, man hat das Einzige nach oben über die tatsächlichen Rückgabewerte und alles andere ist überhaupt nicht vorhanden. Das heißt, die Domain darf nicht das Aussehen des Steins ändern, nein, das muss die UI selber machen. Okay, ähm, das ist so ein bisschen, ja, der Key-Gedanke bei so einer Schichtenarchitektur. Ähm, kleine Anmerkung hierzu, es gibt auch noch eine sogenannte transparente Schichtenarchitektur oder Transparent Layers, ähm, wie man es auf Englisch eher sagen würde. Transparent Layers bedeutet so viel wie, okay, die UI weiß zum Beispiel, was genau jetzt in der Infrastruktur abgeht und muss nicht die Domain zwischenschalten, sondern die UI darf direkt auf die Infrastruktur zugreifen. Das wäre zum Beispiel beim Logging sinnvoll. Aber im Normalfall wird hier die UI nur auf die Domain zugreifen und die Domain nur auf die Infrastruktur. Okay, ähm, ja, das ist erstmal die dreistufige Schichtenarchitektur. Achso, und, äh, noch zu den Modulen, es ist natürlich trotzdem hier, also nicht nur irgendwie zwei Module oder sowas, das sind nur zwei Beispielmodule. Man kann da so viele Module reinpacken in diese jeweiligen Layer, wie man möchte. Und es darf trotzdem in der Schicht kein Chaos herrschen, denn ansonsten hat man natürlich ein Problem. Man kann auch ruhig nochmal, ähm, eine Unterarchitektur sozusagen zwischen den Modulen in einer einzelnen Schicht machen, wenn man das möchte. Also wenn es besonders komplex ist oder sowas, dann kann man das auch nochmal so machen. Und, ähm, ja, die Module, wie gesagt, das hatten wir ja schon eigentlich besprochen, die Module an sich sollten möglichst lose mit den anderen Modulen zusammenhängen, aber in sich sehr, sehr zusammenhängend sein. Ähm, ja, und das ist auch erstmal alles, was ich euch zur Schichtenarchitektur erzählen möchte hier. Ähm, nächstes Mal geht es dann weiter mit der vierstufigen und ich glaube dann noch die sechsstufige. Ich weiß nicht, ob wir das in einem Video machen, mal gucken. Okay, ich hoffe ihr habt mal wieder Spaß gehabt und ja, wir hören uns schon wieder beim nächsten Mal. Bis dann, ciao!